Drei, vier, fünf... Nein. Hannes, schnell! Schau dir das an! Die spinnen, die haben schon alles komplett ausgeladen. Oh Gott, was mach ich bloß mit den ganzen Kartons? Im Lager ist kein Platz mehr. Beim Chef im Büro ist noch Platz. Hannes! Was soll der Scheiß? Chef, ich wusste nicht wohin damit. Wir haben keinen Platz mehr. Kein Problem! Ich habe noch Platz für euch! Können Sie nicht aufpassen? Oh, Entschuldigung, ich wollte nur die Kartons einlagern. Aber das ist doch nicht so schlimm. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Nein. Dafür kann ich ja gar nichts. Die Lagernei, was Ihnen lieb und teuer ist. in der Luftgebergebergeberne wie das heißt,